Gönne ich ihm? Ich finde ihn trotzdem sehr bodenständig und sympathisch. Hä? Der ist voll arrogant und überheblich, Bruder, ich schwöre. Hm. Ich kenne viele, die sind viel, 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 viel kleiner. Die wirken viel arroganter und schlimmer und komischer. Ich finde, da ist er eigentlich für seine Reichweite und sein ganzes hin und her... So ein Miskertwister? Also wenn nicht so sonst... No hate, no need. Ich bin nur bei Ramses, Thomas und Pavlo im Stream aktiv. Ja, weil Kästor noch keine Streams macht, sonst geht's da dann weiter, hm? Wo der Kästor dann seinen Senf-Stream macht und ihr sagt immer, was er mit dem Senf als nächstes machen soll. Also in welche Körper... Shiny! In welche Körperöffnungen er sich den Senf schmieren soll, meinte ich eigentlich damit. Nein, nein. Mit welchem Küchengerät er es verarbeiten soll, das ist er. Ja, ich bin Kästor, ihr seid die Zuschauer. Heute entscheidet ihr wieder, wo ich den Senf hinmache. Los, ihr auf die Glatze. Okay, noch was. Schmierst ihr den Bart? Ja, und jetzt Finger in die Nase. Genial, bis zum nächsten Mal. Ich bin Kästor. Und dann ins Ohr. Ins Ohr, ins Ohr, Alter. Ins Ohr, bitte. So, das war jetzt der 26. Raid. Jetzt ist das Problem. Ich habe bestimmt Cooldown und kann keinen mehr mitmachen. Ey, das ist schon so lange her. Das sind schon so viele Raids dazwischen gewesen. Da habe ich doch jetzt gar keinen Überblick mehr. Der Aufstieg ist dazwischen. Also, eine halbe Stunde habe ich noch ungefähr. Ja, Marine hier. Halbe Stunde. Da könnte noch eins kommen. Man fühlt sich schon wie beim Giratiner Shiny Hunt hier. 55 Encounter. Eigentlich ist es ja nichts anderes wie das andere. Nur das, das hier Geld kostet. Und das andere kostet kein Geld. Oh, mein Gott. So. Weil der Methylen raus ist, gab es jetzt das zweite Shiny. Ach, mein Gott. Ich habe nicht darauf geachtet. Ist das jetzt männlich? Ist das weiblich? Ich weiß es nicht. Es ist... Ich muss es mir gleich angucken, wenn es gefangen ist. Wenn das jetzt ein... Es ist ein Männchen. Jetzt habe ich zwei Weibchen und ein Männchen. Das heißt, es wäre perfekt. Das würde theoretisch alles so passen. Genau, stimmt. Es ist ein Männchen. Bei 55. Bei 26 und bei 55. Guckt euch das an. Bei 55 Raids. Zwei Shinies bekommen heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.